Kein Problem, kein Problem, schon erledigt, schon erledigt, kein Problem. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Keine Sorge, los geht's! Es ist ein wenig schwierig, es ist ein wenig schwierig, ja, das ist nämlich eine große Monsterhöhle. Feuer! Was? Kein Problem. Mitten ins Herz! Euer Wunsch ist mein Befehl! Ungeachtet aller Hindernisse! Was? So, da haben wir wenigstens, dass wir im Park sind, ne? Keine Diskussion erforderlich! Und? Ja! Nennt mir das Ziel! Für euch immer! Ist noch etwas immer! Der Feind schläft nicht! Ihr habt eine Aufgabe für mich? Okay. Ihr habt meine Gedanken gelesen? Ja! Schon erledigt! Was? Der Feind schläft nicht! Dann gucken wir jetzt noch, was hier hinten ist. Hier sieht's aber auch so aus, als ob hier nur so ein Spawnpunkt wäre, wie auf der anderen Seite. Mal gucken. Auf zum Sieg! Meine Pfeile sind scharf! Ist noch etwas? Nun! Jawohl! Wir gehen! Wir gehen! Es ist ein wenig schwierig! Ich fahre! Ja! 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 Aber natürlich! Schon erledigt! So! Ihr bildet mal die Nachbute! Kein Problem! Und? Keine Sorge! Los geht's! Ach! Feuerdämonen! Wow! Viele Feuerdämonen! Okay! Ich fahre! Ja! Ja! Oh! Keine Sorge! Los geht's! Kein Problem! Hier werden wir alles brauchen! Schon erledigt! Euer Wunsch ist mein Befehl! Ja genau! Feuert ruhig schon mal auf mich! Hier könnt ihr ne Pestwolke und Gift haben! Seid gegrüßt! Hier! Wird erledigt! Schon erledigt! Hier! Ja! Oh! Oh! Bozzi! Euer Wunsch ist mein Befehl! Euer Wunsch ist mein Befehl! Wow! Die machen wirklich verdampfen Schaden! Schneller! Höher! Stärker! Wir gehen! Schneller! Höher! Stärker! Okay! Bereit! Schon erledigt! Schon erledigt! Auf zum Sieg! Für euch immer! Schon erledigt! Schon erledigt! Ja, Sir! Lass mal die Paladine vorgehen! Was? Ich jage alles in die Luft! Der Feind schläft nicht! Ich jage alles in die Luft! Der Feind schläft nicht! So! Ich bin hier! Keine Sorge. Los geht's. Ja. Euer Wunsch ist mein Befehl. Ihr habt eigentlich auch genug Erfahrungspunkte für den höheren Rang. Die Ballista kann ich halt nicht mehr heilen. Gut. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Oh, die haben Max-Rang jetzt erreicht. Auch gut. Seid gegrüßt. Hier. Jawohl. Jetzt gehen wir halt zurück zur Stadt. Führen unsere Truppen auf. Keine Sorge. Los geht's. Und leveln sie auch, äh, graden sie auch ab. Dann können wir ja ein paar von den Untoten vernichten, bis wir genügend Führerschaft haben, um es auf 15 zu bringen. Weil ich echt mal neugierig bin, ob das dann die letzte Stufe Führerschaft ist. Oder ob es bis 20 hochgehen würde, theoretisch. Ich weiß es nämlich ehrlich nicht mehr, muss ich zugeben. Hier unten sind wir übrigens rausgekommen. Weil hier ist auch gleich unser Turm. Ich fahre. Also ja, ein bisschen Zeit nehmen wir uns in der Mission. Die upgraden, die alle upgraden. Ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Dann können wir übrigens fragen, ob das hier unsere... Paladine von ganz, vom Anfang aus Mission 1 sind. Also die Krieger, die wir damals zu Paladinen abgegradet haben. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ihr seid schon Stufe 4 mittlerweile. Wartet jetzt auf die Nahrung, um Stufe 5 zu werden. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ist noch etwas? Nun... Natürlich! Was? Ihr habt eine Aufgabe für mich? So? Für euch immer. Was? Für euch immer. Seid bloß ruhig. Ja, wir gehen! Nein, du nicht. Also können wir vielleicht auch zusehen, wie da die Stadt noch die letzte Stufe erreicht. Weil ich bin ja auch mal neugierig, was die Maximastufe einer Goblinstadt ist. Das müsste dann eigentlich 5 sein. Müsste uns dann... Meine Pfeile sind scharf. ...Panzer liefern. Es ist ein wenig schwierig. Es ist ein wenig schwierig. Nur kein Aufsehen erregen. Es ist ein wenig schwierig. Also ja, ich möchte gerne die Balliste auf dem Max-Level haben, dass ich sie zum Panzer abwählen kann. Ich möchte die ein bisschen hochleveln. Euer Wunsch ist mein Befehl! Ich fahre! Ich fahre! Ich kann nicht mehr Krieger kontrollieren. Ja, ich kann keinen beschwören, weil ich am Truppenlimit bin. Jawohl! Ich fahre! Ja! Ja, versuchen wir mal wirklich... Nur kein Aufsehen erregen! ... hier ein paar Untote abzufangen. Keine Sorge! Los geht's! Ach, wenn ich das für keine gute Idee halte. Wobei das sind zwei Trupps ineinander wahrscheinlich. Es ist ein wenig schwierig. Seid gegrüßt! Ja! Ich sehe das Ziel! Ziel gesichtet! Weil eigentlich sind es nur zwei Schreckensmagier. Ich sehe das Ziel! Ziel gesichtet! Keine Sorge! Los geht's! Keine Sorge! Los geht's! Ich fahre! Ja! Keine Sorge! Los geht's! Ich fahre! Feuer! Nennt mir das Ziel! Ich fahre! Keine Sorge! Los geht's! Okay, nicht mit der Ballista! Nicht mit der Ballista! Oh! Shit! Das war... ... nicht beabsichtigt. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zum Dorf zurück. Es ist ein wenig schwierig. Keine Sorge! Los geht's! Ich glaube, wir lassen das mit den Untoten dort und... Ja, kümmern uns um die Quest. Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ja, zurück zur Stadt nochmal. Hier gibt es sogar eine Hilfe-Page. Das ist halt irgendwie doof, dass man hier nicht alle Skills von Anfang an sieht. Dass man weiß, wie viel sie kosten. Ob man drauf sparen möchte. Aber ich glaube, die, die wir haben, sind wirklich alle. Und da... Hm. Vielen Dank.